Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Wäre schon geil, heute das Level zu schaffen. Das wäre krass. Das wäre krass. Nicht sterben hier von den Fässern. Vielleicht auch mal eine Rolle machen. Oh, 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 oh. Das war nicht so gut. Steh auf, steh auf, steh auf. Bitte nicht brechen lassen von den Fässern. Steh auf. Steh. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Wie soll man den bekommen, Digga? Das ist das schwerste Checkpoint, finde ich. Komm schon. Tu mir ein Favorit, die Brücke da oben ist heil. Dann kriege ich auch den Checkpoint. Sehr gut. Ah, Spanns. Wichtig. Ganz wichtig. Wow. Wichtig. Na, Bruder. Spanns. Egal. Überleg mal. Überleg mal, Chad, wo wir herkommen. Überleg mal, wo wir herkommen und wo wir sind. Dass wir jetzt hier so schnell nach nicht mal zwölf Minuten gefühlt sind. Richtig geil. Richtig geil. Warte, wir machen jetzt Trick 17. Wir machen jetzt Trick 17. So. Oh. Ganz knapp. Schade. Den Checkpoint hätte ich gerne bekommen. So. Okay. Euch ist bewusst. Wenn wir hier sterben, müssen wir ganz von vorne anfangen. Bitte nicht sterben. Ich habe auch keine Kraft zum Ausrasten, Chad. Sag ich so, wie es ist. Ich würde gerne schlagen, aber meine Hand ist einfach... Meine beiden Hände sind leider momentan gehandicapt. Jetzt fängt es wieder an. Es fängt wieder an. Hier bin ich. Der perfekte Plan, Essen in den Ofen machen, einwichsen, aufstehen und das Essen ist fertig. Besser geht's nicht. Oh, mein Fehler. Ach, Digga, also der Cam Link, Digga, er funktioniert einfach nicht. Warum haben die immer so kleine Wehwehchen? Ich versteh's nicht, Digga. Oh, los, die Kacke. Na, Philipp, moin moin, wie geht's jetzt? Ist der Not hier? Ja, alles gut. Sieht man. Was? Ja, ja, immer, weiß doch. Das benutze ich zum Schlagen. Das benutze ich zum Messen. Nee, ich hab ja mal vor einigen, vor zwei Jahren oder so, ich war nie beim Arzt, aber ich glaube, dass ich mit den Handknochen hier an der Seite angeboten hab und das zweimal hintereinander, weil ich so doll auf dem Automaten rumgekloppt hab, weil er nix gegeben hat, da hab ich den so verprügelt, Digga, und jetzt hab ich in letzter Zeit sehr oft auf den Tisch gehauen und hab wieder gemerkt, dass sich der Anzeige richtig weh zu tun und deswegen hab ich mir das Ding hier genommen, für den Fall der Fälle, dann, ja, damit macht's auch Spaß. Dann sieht das auch schon. Wieso, oder? Oh, die ist ja verbogen. Ja, ja. Okay, nicht brechen lassen. Oh mein Gott. Egal. Oh mein Gott. Mann. Was war das für eine Scheiße, Digga? Okay. Gut. Nee, ne? Wovon? Ich bin noch nie von den Schweinen gestorben. Richtig. Gut so. Oh mein Gott, Digga. Was mach ich denn hier für einen Fettsack-Modus wieder, Mann? Mann. Ich mach Fehler, wo ich sie sonst nie gemacht habe. Das fuckt ab. Dipp, 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 dipp. Gut. Richtig. So. Gut. Oh mein Gott, was hat mich denn da berührt? Nein, nicht aufstehen. Oh mein Gott. Wie hat er mich berührt? Oh, ah. Äh. Wichtig. Oh mein Gott, das war so knapp. Was hat mich denn da berührt gerade? Oh, jetzt muss ich wieder warten, bis die Dinger zusammenlaufen. Pfff. Muss warten, bis die zusammenlaufen. Ja, jetzt kann ich, glaube ich, jetzt kann ich laufen. Ja, hier nach kann ich laufen. Kann man nicht über die rüber springen? Du, ich weiß es nicht, ich will es auch nicht herausfinden. Wollen wir es mal so sagen. Okay, wartet. Gut. Oh, den Checkpoint, der wäre so gut, aber... Ach, Bruder, aber ganz weit daneben. Egal. Let's go, komm. Komm, 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 komm. Motivation. Ach, Digga, ich wollte es unbedingt mal probieren. Jetzt holen wir uns hier den Checkpoint auch auf Entspannterino. Damit wir nicht so weit laufen müssen. Okay. Und jetzt geht direkt rauf. Direkt drüber. Mit der Taktik hier. Okay, Moment. Tag noch nicht vom Abendloben. Und Let's go. Wenn wir jetzt den Checkpoint noch bekommen, Digga, dann... Checkpoint! Egal. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Kurz auf den Kopf spucken. Hiya, puh. Bitte, lass oben die Treppe heil sein. Bitte die Treppe oben heil sein lassen. Nicht ein Kaputti, ein Heidi. Ja. Checkpoint! Ach, Schwanz in meinem Gesicht. Egal. Wenn man das nicht trifft, dann hat man es auch nicht verdient. So ein Ding ist das. Da weiß ich immer nicht. Wir gehen direkt rüber. Wir riskieren sofort. Wichtig. Und den Spruch. Schwung mit, nehm, Mann. Schwung! Schwung! Ja! Schwung! 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 ich weiß nicht wie man den bekommen soll wir bräuchten dringend den checkpoint das wäre schon richtig geil ich glaube wir machen diese taktik hier wieder wir haben den checkpoint verpennt aber jetzt sterbe ich gleich muss die ganze kacke wieder von anfang an machen schon jetzt kein bock drauf man bitte nicht sterben bitte nicht sterben wir können es ja aber diese bereiche wie jetzt gerade da waren wir halt noch nicht so oft das ist das problem und das ist das was an dem spiel hat so maximal träger du kommst dann an den bereich wo du halt dich lange hingearbeitet hast stirbt sofort muss die ganze scheiße noch mal von einfach an machen es ist so es ist so geil wenn du schaffst es ist so frustrierend sich aber zu diesem punkt hinzuarbeiten dass du schaffst weil ich halt auch keine videos geguckt habe und nicht weiß wie was funktioniert wir haben uns das alles selber beigebracht aber mittlerweile denke ich mir man kann auch mal vielleicht mal einen kleinen sneak peek in den hasen machen und gucken wie es von geht ansonsten verletze ich mich wird da oder das als beispiel jetzt wir haben an dieser stelle schon hundertmal eine rolle gemacht und die 8 boys crack gar gar kein voice crack digga hundertmal eine rolle gemacht eure boxen sind kaputt ach komm die treppe oben heil die treppe oben heil komm schon die treppe oben heil kann man sich hier irgendwo retten was macht der wichser da oh mein gott oh mein gott digga das ist ja wirklich bodenlos man so beide jetzt zusammen wollen okay das haben wir hier ja 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 schmerzen in den beinen ich glaube ich darf noch nie unbequem am schreibtisch das müssen wir jetzt schaffen digga ja hallo ich bin es die neuzeit streamerin ich mach heute einen sub marathon 1 sub eine sekunde länger nun wär zehn Da schreibe ich mir auch die Narben auf dem Oberschenkel. Aber ich bin nicht so eine. Schnauze. Oh, Digga. Ich krieg gleich hier einen Kraftanfall. Schnauze. Dann. Mann! Mann! Das ist so zum Kotzen, Mann. Ich klopfe die ganze Zeit wie ein Idiot auf den Tisch. Und meine Hand ist so am glühen, Digga. Dishconnecte, du Nutten. Checkpoint kriegen wir eh nicht. Wir probieren trotzdem. Ach, Digga. Wirklich. Egal, komm. Moment, Moment. Noch ist hier nichts vorbei. Können wir von da rüber? Was ist der Plan? Von da, da, da. Scheiß drauf! Wir sind tot. Für Fortnite. Für Fortnite. Für Fortnite. Für Fortnite. Für Fortnite. Für Fortnite. Oh, warte mal. Ich reg mich nicht auf. Bin ich heute schon ausgelassen? Ich glaub nicht. Mann! Mann! Ich glaub nicht, Digga. Ich kann mich nicht dran erinnern. Der Safe-Pro ist sowieso unwichtig. Du, das ist ein Game. Du, das ist ein Game. Du, das ist ein Game. okay wir konzentrieren uns okay wir konzentrieren ganz entspannt ein sprung zwei sprünge drei liebe 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 maximaler bruch keine ahnung wer den titel gewählt hat schaut wohl den falschen stream was für maximaler bruch ich meine was für ein bruch ich sitze ganz entspannt mit meinem freund wasserwaage moin moin zahl mal like und wie geht's alles klar moin moin alles gut hallo ich bin der garsten garsten mit die ich werde langsam verrückt ja und ich weiß weiß auch nicht woran vielleicht liegt gerade wo ja na ja oh mein gott digga wenn dieses fass jetzt noch mal den breakdance aktiviert dann weiß ich auch nicht mehr weiter so wie immer stehen bleiben genau und jetzt geht's weiter steh auf steh auf bitte 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 steh auf mein gott wir haben auch hier kein spawnpunkt ja super geil wirklich super spiel richtig geiles spiel hier ist salz in der luft ne ich weiß nicht welchen stream du schaust aber hier ist gar kein salz digga was für salz hier ist nur liebe in der luft hier ist nur liebe in der luft bruder so okay hier we go again oh mein gott das war das erste weil das der stuhl contra gegeben hat digga ich wollte springen und dann wieder zurück das war so dumm gemacht es war so dumm gemacht von mir gerade aber egal okay let's go auf ein neues hier we go again ich freue mich schon wenn carsten das zockt ich bin mir noch nicht sicher ob carsten das wirklich zockt digga sag ich euch so wie es ist wichtig chat sehr wichtig der spawnpunkt ist schon mal gold wert schade ich hatte gedacht dass man vielleicht auch die ganze subs freunde kuss so den schwung mitnehmen richtig gut okay vielleicht die letzte konzentrationsphase hier ach so was mach ich denn digga man kann ja hier direkt schon rüber springen okay das ist eigentlich der leichtere teil hier mit den dingern gut nicht schlecht gut müssen jetzt leider einen augenblick wieder warten und dann aquarium brennt auch ja danke der für den hinweis kuss so jetzt laufen wir weiter es wäre so schön mal den spawnpunkt da oben zu bekommen man muss von hier glaube ich hoch springen und während man springt das ding schon schmeißen aber ich habe zu viel angst runter zu fallen oh 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 warte mal warte mal schummel hä 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 wo ist der hin ist der schon los ist der schon los ich hab den digga ich hab's gar nicht gehört geh zurück meint ihr wirklich oh mein gott ihr kleinen wichser hey hey was hat mich denn hier getroffen gerade ey das ist ja beschiss das ist also das ist eindeutig beschiss das ist eindeutig beschiss digga bitte ich brauche den spawnpunkt ganz dringend und er darf jetzt sagt es mir chat mit jetzt ernsthaft warte mit anlauf oder ohne digga was ist denn was ist denn mit meinem stuhl passiert digga ist der kaputt jetzt oder was der ist kaputt oh nein ne scheiße der stuhl ist schrott oh neiiiiiiiin mann bitte nicht nicht super jetzt häng ich hier immer wie ein fettsack nach hinten jubel scheiße alter ich kann mich nicht mehr zurück drehen egal ich probier's ne 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 das war bitte nicht sterben scheiße mann alter er ist nicht mal gesprungen der fettsack digga was war das denn ja bruder ich mach das hier ich bin hier nicht so oft gewesen verstehst du ich hab auch keine kraft zum ausrasten schatz sag ich so wie es ist ich würd gern schlagen aber meine hand ist einfach meine beiden hände sind leider momentan gehandicapt wir sehen uns bald wieder in alter frische wenn es wieder heißt rein in der alt f4 kuss passt auf euch auf wiederschauen und reinhauen peace